Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Der größte Holzfuß in meiner Mannschaft ist? Nils Ludewig. An meisten Tunnler habe ich wem gegeben? Auch Nils Ludewig. American Football oder Fußball? Beides. HSV ist für mich? Der schlechteste Fall in der Welt. Lacoste oder Ralf-Loreen? Ralf-Loreen. Mein fußballerisches Vorbild ist? Douglas Costa. Am liebsten esse ich? Pizza. Bei FIFA spiele ich mit? San Pauli. Der Clown meiner Mannschaft ist? Betim Soleimani. In der Schule bin ich? Mathis. Weit unter Tarif bezahlt. Mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Willa Oder? Wir sitzen anonym.